Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge GameGuru, sehr easy GameMaker und an erster Stelle erstmal ein dickes fettes Entschuldigung, dass ich euch so lange warten lassen habe für das nächste Video und ihr seht ganz unschwer in der Beschreibung, es handelt sich hierbei nur um ein kurzes Infovideo. Keine schlechten Nachrichten, aber auch keine super Nachrichten, denn die Veröffentlichung der Map ist nicht ganz so super easy, wie ich mir das so in meine naiven Gedanken vorgestellt habe, muss man einfach mal sagen, denn wir benutzen unglaublich viel Material von anderen Leuten, wie zum Beispiel die Waffen, die Panzer und sowas und da muss man auch wieder Rechte und so einen ganzen Mist im Auge haben. Bevor ich einfach nur eiskalt die Map veröffentlicht habe, habe ich mich schlauer gemacht und ja, die Standalone Singleplayer, die könnt ihr alle runterladen, ich habe sie schon hochgeladen tatsächlich, hier in der Dropbox, ich gehe mal kurz auf die Weltkugel hier und da seht ihr mal, wenn es geladen ist, Internet ist gerade blitzschnell, mein RealLife Name, ah da bin ich, nein den kennt ihr aber wahrscheinlich schon, 321 Spiele Fallen City, ist die Map da, wenn ihr den Link, den ich euch dann in der Beschreibung rein sende, der ist das, ich hoffe das klappt auch so alles, weil hier steht irgendwie nur ansehen, ich kann das auch irgendwie nicht ändern, ich bin aber noch am überprüfen, am bauen, also keine Sorge, den Link, den tue ich euch mit in der Beschreibung, da könnt ihr euch den Link dann ansehen, ich hoffe auch downloaden und ja, dann sollen wir dann hier auch drauf zusammen, nicht zusammen Spaß haben, da könnt ihr leider nur erst alleine drauf spielen, das ist das doofe, noch ist es Alpha 0.1 und ihr könnt mit ein bisschen experimentieren, euch die Map mal ansehen, vielleicht ein paar Fehler mit Ausmerzen, weil wenn ihr selber drauf rumlauft, seht ihr vielleicht ja auch ein bisschen was mehr, was mir vielleicht nicht auffällt oder so im Video nicht aufgefallen ist, wie zum Beispiel der Tunnel, der da immer nur steht, über Tage, na egal, ansonsten, für den Multiplayer gibt es natürlich auch noch Hoffnung und jetzt wird es schwierig, der Multiplayer, der wird für jeden offen sein, ich bin gerade mit GameGuru am Schreiben, also mit den Entwicklern von GameGuru und mit dem Workshop von Steam, wenn wir auf Community, ich gehe jetzt mal auf Steam, ihr habt es gesehen, Community gehe, jetzt habe ich auf Community geklickt, wollte ich eigentlich gar nicht, aber doch, das wollte ich doch, genau da wäre ich gelandet, kommen wir nämlich, wenn wir auf Community mit dem Maus nur gehen, auf Workshop und wenn ich dann auf Workshop gehe, mache das mal von vorne, damit ihr es auch seht, auf Workshop kommen, dann seht ihr hier all diese Workshop-Items, das Problem, was ich im Augenblick arbeite, deswegen schreibe ich auch mit GameGuru, man findet GameGuru-Workshop-Items überhaupt nicht, gar nicht, also es ist total doof, gemacht, und da komme ich auch nicht so ganz klar, ihr seht von ARC bis Z, egal welche Spiele, findet ihr Workshop-Items, aber nicht von GameGuru, was ich immer noch ein bisschen seltsam finde, aber deswegen schreibe ich auch gerade mit dem Entwickler, ich warte noch auf die Antwort, die wartet jetzt schon seit ein paar Tagen, wollte ich gerade sagen, seit immer einem Tag, und deswegen habe ich auch mich entschlossen, jetzt schon ein Video zu machen, bevor die Antwort kommt, also ich denke mal, das sind irgendwelche rechtlichen Probleme, ganz schwer, davon gehe ich aus. So, aber wir werden trotzdem nicht aufgeben mit GameGuru, deswegen auch mal wieder ein kleines Zwischenvideo, ein Infovideo, und auch dem entsprechend weiterhin Videos, wie das mit der Map weitergeht, und wie wir weiter basteln. So, gehe ich mal auf meine eigene Dateien, da seht ihr zweimal GameGuru, FallenCity, einmal groß und einmal klein geschrieben, die klein geschrieben ist jetzt die richtige, die andere lösche ich noch, da habe ich mir schon Mühe gegeben, außer mit der Beschreibung, mein kleines Projekt auf YouTube, habe ich es genannt, sogar mit einem Link zu meinem Kanal und so, und hier seht ihr GameGuru halt, ne, und wenn ihr das hier, abonniert, falls ihr es je finden solltet, könnt ihr das dann automatisch runterladen, als Besitzer von GameGuru. Also ihr müsst dieses Programm GameGuru auch besitzen, und dann wird das automatisch runtergeladen, und bei euch in den Map-Ordner reingeladen, da könnt ihr dann automatische, automatische, was für ein Schwachsinn, da könnt ihr dann, ähm, Spiele auch online erstellen mit, und sowas. Also ich kann es dann machen, ihr könnt es machen, und es gibt dann mehrere Server, wo das Spiel dann drauf läuft. Nicht so einfach, super kompliziert, hätte ich nicht gedacht, ich hätte gehofft, dass das ein bisschen einfacher ist, aber wir bekommen das im Griff zusammen, wir behalten das alle im Auge, und wir werden das zusammen mitverfolgen. Ich finde das aber auch, glaube ich, ganz interessant für euch, wie das so läuft. Und wenn ihr hier, ähm, diesen GameGuru-Mist von mir hier findet, ne, meinen 300-Spieler FallenCity, und das ganz viele Leute positiv bewerten, dann, ähm, könnten wir Glück haben, dass das tatsächlich veröffentlicht wird. Ich werde es free-to-play machen, Gottes Willen, ich will kein Geld dafür, immer noch nicht. Und, ähm, dann können wir das vielleicht sogar auf Steam veröffentlichen. Irgendwie. Ne, und dann können wir das alle einfach so runterladen, und dann wäre natürlich der, das wäre natürlich der Top-Hit. Keine Frage, aber ich glaube, das wird niemals passieren. Aber schön wär's. So, ihr seht jetzt, äh, wo meine Problematik liegt, ähm, da ihr so fleißig mitgeholfen habt, und, ähm, Items sogar gesponsert wurden, danke dafür nochmal, und auch sogar ein paar Euro, ähm, will ich euch auch nicht hängen lassen, und ihr hoffentlich mich auch nicht, und wir machen das zusammen jetzt zu Ende des Projekts. Und ich werde alles daran legen, dass wir hier Multiplayer-Spiele rausbasteln. So, schwer es auch wird, und wir kriegen das aber auf jeden Fall hin. So, nochmal auf GameGuru zurück, nochmal einen schönen Blick über die Map, und ich sag, danke fürs Zusehen, und, ähm, wir sehen uns in der nächsten Folge von GameGuru, die kommen jetzt wieder regelmäßig, wir bauen nämlich auch fleißig weiter an der Map, und dann sehen wir uns dann. Tschüss!